Das sind wirklich besondere Momente, die muss man wirklich sehr bewusst wahrnehmen. Das erlebt man definitiv nicht alle Tage. Also diese Piaf-Momente, ich muss zugeben. Guckt doch mal, ein ganz lockeres Bein, haben Sie das gesehen? Nochmal bewusst das Bein geöffnet, bewusst, okay, ich formuliere vielleicht etwas übertrieben, bewusst dem Pferd Raum zum Atmen gegeben, Platz gegeben. Ihr natürlich auch, das ist auch ein riesiges Vertrauen, okay, die kennen sich bis aufs Ober-Ehtöpfelchen. Das geht nur, dass man so loslässt, wenn man wirklich sagt, hey komm, mach mal, mach du das mal, ich weiß, dass du das machst. Das ist ja immer diese Gratwanderung. Jessica hat es so schön bei der Pressekonferenz nach dem Spezial gesagt, ich muss ihr immer wieder vertrauen, Sie vertraut ihrem Gottesdienst, aber ich möchte diese Minimalsthilfen geben. Und wenn man diese Minimalsthilfen gibt, dann ist es vielleicht...